Vorne nehme ich vordere Achse raus, dass der in Keilform ist, dass der oben mit der Schnauze auf dem Boden kratzt. Hör zu, hör zu. Bevor du das Ding tust, hör zu kurz. Ich tue vorne die Achse weg, was passiert dann? Vorne ist Schnauze auf dem Boden. Hinten ist die Achse oben. Was passiert dann? Achse ist oben. Was kann man hinten machen dann? Was reintun. Und was ist dann? Hinten ist oben. Was ist, wenn du es hinten runterstisch? Vorne. Hinten unten. Ist unten. Ist einfach eine Rechnung. Mein Vater hat mir das beigebracht. Der hat immer zu mir gesagt, verpiss dich, ich mach das selber. Ich bin weggegangen, hab von Weitem geguckt. Hab gesehen, der hat Achse weggebaut und ich durch die ganze Stadt gekratzt. Also vorne war. Vorne war. Vorne war. Unten. Du lernst schnell. Bis zum Schlag. уляр. Bye. Bis zum Schlag. Hi. Wir посмотрим, bis zumALLen.